So Leute, und zwar sind wir jetzt hier im Game Orcs Must Die 2. Ich, Affenklappe, und... Declare, ich, wo? Wunderbar, eine sehr gute Vorstellung hast du da geleistet, Clare. Danke. Naja, gut. Clare hat gehostet, ich mach bereit. Ich muss dazu sagen, ich hab das Game echt noch nicht häufig gezockt. Wir haben einmal einen Endlos-Mode gemacht, da hab ich mich dann mal ein bisschen eingespielt, um da mal ein bisschen drauf klar zu kommen. Aber, das kann man eigentlich nichts nennen. Und deswegen, tja, werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen failen, aber hey. Who cares? Who cares about this shit? Ganz genau, mein Spruch. Ich muss da jetzt aufzudrücken, ich vergesse jedes Mal. So sollte es also enden. In der Falle. Und Zink. Aller Macht beratend. Ich hatte etwas Besseres verdient. Sie waren hinter mir her. Einst war ich ihre Königin. Jetzt würden sie meinen Untergang besiegeln. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, ein neuer Spalt. Er war anders, zerbrechlich. Ich spürte Machtaufkommen. Nur ein winziges Rinsal. Nicht mal genug, um auch nur die Gedanken eines einzelnen Orks zu beeinflussen. Dennoch, der Spalt bot eine Fluchtmöglichkeit. Sobald ich auf der anderen Seite ankam, sah ich... Das bin ich. Sobald ich auf der anderen Seite zu sagen. Renn! Ne, du bist dieser Kürbiskopf-Staat. Bin ich. So. Komm von hier und lauf von hierher. Also am besten bauen wir einfach hier. Das ist ja mega easy. Ja, ohne dass das die erste Map ist, ey. Aber warum kann ich meinen Scheiß noch nicht... Achso. Ich will nämlich meinen Scheiß ändern. Dann, das will ich dabei haben. Das. Also ich mach mal so ein paar Mähdrescher hier oben hin. Da und... Das ist noch da. Da machst du Mähdrescher hin, ey. Hm. Dann ein paar Pfeile, ja. Und dann drück ich mal G. Hm, vielleicht das da mal hin. So mitten in den Weg und so. Okay, dann ma go. So. Mein Knochen-Golem mal da hinschmieren. So, was geht's los da rein? Am Anfang brauchen wir da echt noch nicht viel machen, ey. Kommt ja noch. Gibt ja nur viel Waste, ne? Die Mobs werden schon alle von seinem Ogre kaputt gehauen. Der Typ spielt nämlich mit einem Account, auf dem hat er vorher schon mal gespielt. Deswegen kann er so einen coolen Ogre beschwören. Bam. Bam. Alles. Alles fressen sie. Ich merk das schon. Wie du in LoL, nicht? Jeden Niederlees Speer. Hm. Die fress ich auch liebend gern. Auf maximalen Distanz. Bounce up ins Gesicht hier da. Bam. Headshot. Bam. Oh, da zerspringt der richtig. Can you stop that lead, dieses Headshot? Boom, Headshot. Boom, Headshot. Na gut, meistens schieße ich den Ogres und den Orks hier eigentlich nur in die Brust. Bam. In den Arsch geschossen. So, wer will den Ogre? Ich will den Ogre. Ach, ich kann nicht mehr. Komm, hier, bist du die Mähdrescher, ne? Oh, da kann man runterfallen. Warum kann man denn da runterfallen? Wo bin ich jetzt? Ey, wenn du jetzt gestorben bist, haben wir wieder nicht ein Maximum Leben. Boah, du bist ein Dorftrottel, ey. Nicht wahr. Maka, ich hab dir gesagt, dass ich das Game echt an dieses... Ja, aber weißt du... Alter, warum... Du kannst fliegen, du hast Flügel, siehst du? Ich bin rückwärts gelaufen und das war so unglücklich, dass ich genau an dieser Stelle hier runtergelaufen bin. Warum? Da ist überall Zaun. Ich laufe an der Stelle runter, wo... Das war schon mal der erste Knochen, ne? Den wir jetzt nicht kriegen. Der erste Schädel. Na toll, na toll. Alles dein Fail, dass du mir das nicht erklärt hast. Ja, gleich damit rechnen, dass du da einfach mal runterlatschst. Ich denke, dass es klar ist, dass du nicht fliegen kannst. Ich bin da nicht absichtlich runtergelatscht. Ich bin da runtergefallen. Dann komm mal mit der Steuerung klar. Bam. Ich bin rückwärts gegangen, Maka. Ich hab keine Augen im hinteren Kürbiskopf. Uppala. Alter, was für ein behinderter Vogel ist hier vorm Fenster. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Alter, da ist eigentlich ein Vogel an der Tür. Hörst du das? Ja. Jetzt mach go hier. Achso, ich muss geh drücken. Mach go. Drück geh. Welcher behinderte Vogel ist das? Junge, was quietscht dir mal ins Zimmer rum? Alter, ey, was ist los da? Was ist irgendeiner behindert hier oder was? Alter, Falter. Hast du denn da ein Schild oder was? Jo, das ist eine Erweiterung der Waffe. Den Damage, den ich mache, den krieg ich als Schild. Gut geschrieben. Eigentlich mega so. Jo, was quietscht hier rum? Ich hoffe, du hast das nicht, ne? Nee, nicht so richtig. Gut, ey. Ey, ist eigentlich mega strong, ey, weil... Ja, ja, du machst Damage und du kriegst kein Damage mit. Aber ich krieg glaube ich noch genug Damage. Äh, wenn wir diese Damage fertig machen, muss ich mal kurz den Vogel ein aufs Maul hauen. Der anscheinend irgendwo vor meinem Fenster ist. Oh, jetzt kommen die Mähdrasher. So. Boom. Yeah, zieht euch den Dance rein, Mann. Einen haben wir jetzt nicht gekriegt, weil du mir nicht gesagt hast, ey, dass ich da runterfallen kann. Na toll. Ja, normalerweise sollten wir eigentlich noch mal machen, dass Levelnummern, ne? Tja, ich bin bereit. Ey, ich bin bereit. Ja, ich muss kurz warten. Ich muss kurz diesen komischen Fidschen-Quacktsch-Ding hier mal in aufs Maul hauen. Moment. Oh, Leute, das ist Clur live. Und so erlebt man ihn ja noch immer, wenn ich streame. Unglaublich. Auf OWN TV, Affenklappe. Facebook, Affenklappe 93. Meistens bin ich am LOL zocken. League of Legends. Aber hey. Ich hab mir gedacht, ich komm mal ein bisschen nach YouTube. Um da vielleicht mal ein paar Leute kennenzulernen. Oder dass die Leute mich kennenlernen. Ein bisschen das Spektrum erweitern. Ich hoffe mal, der Typ ist jetzt langsam wieder da und hat den Vogel platt gemacht. Hast du es, Maka? Das wird aber auch Zeit, ey. Ich bin schon seit Ewigkeiten bereit. Irgendwo hier runter. Hier sind wir doch. Egal, was gequickt hat, jetzt hältst du es eben mal auf. So. Gucken wir nochmal. Jupp. Gut. Ein Neuschversuch. Ah. So sollte es also enden. Das Video hab ich jetzt weggedrückt, weil hey. Ja, ja, ist ja normal. Brauchen wir nicht. So ein paar Mähdrescher wieder hierhin machen. Hm. Komm an die da hinderücken. Soll ich jetzt den Maul halten hierhin? Also, ich hab falsch. So. Machen wir mal hierhin. Das Luschenlevel wollen wir ja wirklich schnell hinkriegen, ne? Bäm. Da gehen die lang. Da werden sie kaputt gehauen. Wenn möglich nicht da runterlaufen. Tja, Leute. Das ist... Orx must die 2. Und mein erstes Let's Play. Oh, warum ist der denn hier durchgefallen? Der Typ hat schon alle Fallen ausgelöst. Habe ich dir noch nicht gesagt, dass die Stacheldinger gar nicht mal so stark sind? Die sind aber cool. Ja. Wenn die aufgegabelt. Bamm. Die hauen noch rein, Alter. Die stoßen die immer noch mal ein bisschen hoch. Geht ab. Oh, sie ist gut da. Die Stacheln kosten ja auch nix. Bei 100 oder so. So. Was ist jetzt eigentlich die Story? Ich hab das noch gar nicht so richtig mitgekriegt. Außer, dass die Tante jetzt halt anscheinend Orx beherrschen konnte und jetzt nicht mehr. Ja. Und jetzt wird das auch... Ja, aber kriegen wir das noch raus, oder? Das weiß ich selber nicht. Ich hab die Story nicht ganz durchgespielt. Na ja, dann werden wir sehen. Ist ja auch gerade erst mal die erste Folge hier. Dafür spielen wir es ja, ne? Ja, ich würd auch mal sagen, ne? So, mal ein paar Mähdrescher hierhin machen. Ey, dieser Schwert ist mir übelst geil. Ich glaub, er gibt mir auch gleich mal zu. Tja, da hast du wohl... Dich nicht richtig equippt, ey. Doch, ich hab ein Pumpgun. Ich habe ein... Shockwave, womit ich die Leute hochwerfen kann. Und damit kann ich auch Knochen-Golens erschaffen. Klar, ist das geil. Das geht richtig los da rein. Beide... Keine Zeit verlieren hier. Karussell des Todes. Lass die mal hier hinkommen. Ich will mal sehen, was diese Axte so alles verschreddert. Nope. Mal schauen. Und lass den mal hier hinkommen. Nein, hier kommt keiner durch. Ich stehe davor. Hier kommt keiner durch. Oh, hey, yo, homo-wax. Da macht er das Spagrat auf dem Schwefel, ey. So. Da haben wir den Knochen doch. Ach, das ist jetzt der... Achso. Na gut. Wunderbar. Dann haben wir es jetzt vollständig. Ach, jetzt das. Das ist die erste Map, die ich mal gezockt habe, Leute. Auf dem Endlos-Mode. Die erkenne ich wohl wieder. So. So, da sind wir. Du baust da drüben. Ich baue hier. Ja, ach, was. Das weiß ich wohl. Hm, wie will ich das jetzt am besten machen? Eigentlich reicht der Schwefel erstmal. Ich muss mal gucken, wie das hier ist. So, geh. Okay. So, kommt mal her. So, die werden voll zerschreddert, ey. Wieso kommt bei mir nix? Die Ocks gehen nur halt zu den coolen Leuten. Ne, ist klar. Das sagt uns das. Schau mal, die werden voll zerschreddert, ey. Jetzt an, lass mal kommen, guck mal, und? Äh, Junge. Da spratzt das Blut. Da schreddern die richtig. Kleine Säbelzähne. Leute, ich weiß jetzt nicht, warum die jetzt auf meiner Seite auch nicht rauskommen. Ja, der nächste Wave öffnet sich dann schon auf. So, neuer Spalt öffnet sich hier rüber mit dir. Na endlich. Habe ich auch mal alleine meinen Spaß hier. Da hast du seelische Unterstützung von meinem Knochen gedöhnt da. Jetzt kommen die bei dir nicht, oder was? Nö, ja, kommen gleich.